Schauen wir uns aber noch an, was diese Woche noch ansteht. Ein paar Quartalszahlen haben wir da noch. Wir starten mit The Home Depot, die eher zuletzt in so einem leichten Aufwärtskanal tendiert haben. Wir haben eine relativ große, übergreifende W-Formation gehabt. Einen schönen Trend, der sich in der letzten Zeit noch mal ein bisschen verstärkt hat. Jetzt muss man sagen, sieht man halt diese Wellenform schon ein bisschen länger. In dem Falle war eigentlich diese W-Formation der erste Ausbruchsversuch über diese 400 US-Dollar-Linie. Hat man nicht geschafft, ist dann wieder zurückkorrigiert bis auf den gleitenden Durchschnitt. Jetzt könnte sich hier wieder an diesem Trend, an diesem Aufwärtstrend, so eine weitere Blockade nach oben darstellen. Mal schauen, was die Quartalszahlen bringen. Zuletzt, muss man sagen, war das Geschäft eher so ein bisschen am Schwächeln, weil das Corona-Hoch doch immer noch so ein bisschen nachhängt und man wieder zurück auf diese Niveaus möchte, wo die Heimwerker doch verstärkt im Fokus standen. In der Weile hat sich das Geschäft aber so ein bisschen wieder gewandelt hin zu dem klassischeren Handwerkergeschäft. Das haben wir dann auch bei dem Konkurrenten Lois gesehen. Dann haben wir noch Cisco übergreifend, muss man sagen. Haben wir in der letzten Woche darüber gesprochen und auch von der vor zwei Wochen auch noch mal uns angeschaut. Im Kern, muss man sagen, geht es hier um Netzwerke, es geht um Telefonie und auch hier die Frage, wie man künstliche Intelligenz gut integrieren kann. Cisco hat da einige Ideen vorgestellt. Übergreifend sieht man aber, ist der Trend eher etwas negativ. Auch hier könnte aber so ein Abpraller am Aufwärtstrend bevorstehen. Mal schauen, was so die Quartalszahlen von Cisco bringen. Und wir haben noch Applied Materials. Ja, da muss man sagen, die sind ja in den letzten Monaten sehr, sehr gut gelaufen. Haben dann doch auch in den letzten Tagen deutlich nach unten korrigiert. Auch hier, muss man sagen, schön aufgesetzt. Potenziell könnte es also weiterhin einen Abpraller nach oben geben. Und die Einzigen, die fast gar nicht korrigiert haben, sondern weiterhin stetig nach oben laufen, auch nach ihrem Aktiensplit. Ja, das ist eigentlich Walmart ständig. Konsumstark profitiert aktuell davon, dass viele Reichere in den USA aufgrund der Rezession auch günstiger einkaufen bei Walmart. Das heißt, Walmart ist ja immer so ein genereller Wirtschaftsindikator für die Gesamtwirtschaft in den USA. Könnte also auch ganz spannend sein für hier weitere Entwicklungen. Das steht die Woche noch an. Wie gesagt, ein paar Zahlen haben wir noch. 90% ungefähr berichtet. Es haben jetzt noch einige Nachzügler. Aber ganz grundsätzlich steht der Fokus immer noch in den Quartalszahlen. Es gibt auch noch ein paar Wirtschaftstermine zum Thema Zinden. Und ja, auch in Erzeugerpreise, muss man sagen, oder Inflationsraten ganz generell. Das wird diese Woche noch ganz spannend. Es ist nicht ganz so volatil wahrscheinlich, wie in der letzten Woche. Aber wer weiß, die Märkte zittern momentan, was noch so passiert. Wir schauen uns am Donnerstag nochmal Siemens Energy an. Und nochmal die Frage, wie steht es da um den Turnaround bei den deutschen Energiekonzernen? Wir haben uns das letzte Woche in der Aktienwerkstatt schon mal angeguckt und haben ja da so ein bisschen herausgestellt. Lassen uns nochmal einen tieferen Blick auf Siemens Energy werfen, um zu gucken, ob man zu den US-Konkurrenten hier aufschließen kann. Dann in der Investmentwerkstatt nachmittags gucken wir uns die Energiewende ganz generell an. Wir machen eine Sektoranalyse, Öl gegen erneuerbare Energien. Wo stecken da momentan Gewinne und Potenziale? Ja, und nächste Woche gibt es natürlich wieder den Market Roundup. Ich verabschiede mich und übergebe wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. . . .